Ja, also seine Hand war über den Augen. Viele verwechseln das dann wahrscheinlich direkt mit Eye-Poke oder Finger in die Augen. Aber an sich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ich die Finger über die Augen lege. Sieht man vielleicht nicht oft. Man sieht es oft auf den Mund, um die Luft abzudrücken. Man sieht dann auch nicht oft. Ja, und man sieht dann auch nicht mehr. Aber ja, solange die Finger über den Augen liegen, ist alles okay. In den Augen ist es natürlich nicht okay. Cage frei für Runde 2. Die Tür ist zu. Da kommt nochmal der Hinweis. Da hätte ich jetzt gerne Mäuschen gespielt. Ich hätte gerne gewusst, was da gerade nochmal erklärt wurde. Ja.